Top Story. Jetzt haben wir es wohl. Ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das Okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartig. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten. Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ullwund verärgert will. Er ist der... selbsternannte Boss von Kettenkratz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin nur... auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die Nichts stattfinden. Was willst du damit sagen? Hörst du das? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kajar-Sonnenwurzel. Hab ihn gestern runtergebracht. Es war eine Stunde, bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. Die Gesandtschaft in Fahrlicht, er ist der, der sie leiten soll. Ha! Klasse! Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Ich bin völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Red? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht. Nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Ehrend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Sch! Weiter das Tal runter? Ja. Sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied im Kettenkratz lässt sich bestimmt seine Werkbart nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Ehrend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest du auf mich? Schon dabei. Ich finde Ehrend und mach den Weg frei. Aber danach, keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist. Das wird es. Vertrau mir. Begib dich nach Kettenkratz. Finde Ehle. Finde Ehrend. Begib dich zu Ehrend. Letzten Aufenthaltsort. Okay. Ich muss Ehrend finden. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Ich muss ehrechen. Ich muss ehrechen. ich gehe ein leider fand ich will dich im näher zu alle ersparen und alles ganz praktisch danke okay das ist die map alter das ist die map wir wissen ein bisschen größer die ja nicht mehr feindlich gegenüber oder der beutel ist voll aber im rucksack ist noch platz diese maschinen müssen das lager zerstört haben dieses tal ist definitiv nicht sicher mhm Oh oh. 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 Woah. Oh god. We're gonna go in. Oh. Hey sir. Oh idiot. So. Fuck. Ich hab mich ganz schön erwischt. Ah. Ah. Ihn hier muss ich auch noch. Oh ja. Also man kann ja gut auf die Schnauze kriegen. Kann ich auch schon ein bisschen erkunden wohl. Mhm. Ich würde sagen, dass wir uns erstmal auf den Weg machen. Zu Ehrens. So ein bisschen. Ja genau. Nach Ehrens. Nach Kettenkratz meine ich natürlich. Nach Ehrens. Genau. Ah hier steht ja. Ja. Überabgebildet. Kettenkratz. Tote Maschine. Muss ein Dornrücken sein. Vielleicht hat Ehren sie erlegt. Das muss Kettenkratz sein. Joruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Wie läuft das? Ich will auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. Ist ja vielleicht mal ganz praktisch erstmal den Bogen zu verbessern. Ja. Das kennt ja noch mit. Die behalte ich als Vorrat. Naja. Kommt mal an, lässt's irgendwann mal gebrauchen. Irgendwann mal. Ist das die Retterin? Möchtest du rein Retterin? Ne. Ich möchte draußen stehen bleiben. Weißt du? Willkommenen Kettenkratz Retterin. Macht auf Jungs. Der fehlt von Joruf. Mir soll's recht sein. Bei der Schmiede. Petra? Aloy. Was machst du denn hier? Ähm. Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Äh. Die Brauerei ist das einzige auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen. Arbeitsstoff. Ah, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz. Pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte Problem. Nicht unser Land. Nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Oh, und? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte. Trinkt man am besten ein kaltes Bier. Äh. Peter. Peter. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden. Und dann zieh. Ich weiter. Ah. Natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Tja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Ja. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Bergbank finden und meinen Bogen verbessern. Ja. Die sind alle irgendwie so. Ähm. Genau. Hier. Die sind alle irgendwie so ein bisschen als würden die das so alle so persönlich nehmen. So. Ähm. Nach dem Motto. Ja. Gut. Du willst mit uns nicht reden. Weil. Ähm. Ja. Ja. Jägerfalle. Nice. Warum nicht? Ja. Das habe ich ja noch nicht. Egal. Was. Ja. Okay. Oh. Die Frost Ding. Outfit Upgrade. Kann man auch noch upgraden hier? Ja. 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 Mach doch mal. Ja. Ja. Mach doch mal. Okay. Komm. Das reicht. Nice. Eine Munition die Säure schaden oder ist jetzt in der Inventar wegbar. Ich kann den Gegner mit einem Fokus mal herausfinden ob Säure empfällig sind. Gegner mit Säure treffen baut ihren Korrodiert Zustand auf. Wobei dieser Zustand tief ist sind die Rüstung eines Gegners Schaden. Über Zeiten der Widerstand gegen Schaden ist geringer. Trifft Säurekanister und Säure fallen und bitte zu sprengen. Und eine große Elemente. Elemente jetzt besuchen auszulösen. Okay. Das könnte hilfreich sein. Ja ja ja. Jetzt muss ich noch Ehren finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Mh. Mh. Du. Die nächste Runde geht auf mich. Kümmer dich nicht um die. Wir riechen schlecht. Aber. Oh. Das war not. Geht's. Ja. Das sehen die tun immer alle so als wenn das. Als wenn das Ding. Au. Ja. Haben wir neben. Haben wir neben gepost? Jetzt schon? Okay. Dann würde ich. Puh. Dann würde ich sagen. Können wir auch machen. Machen wir. Gut. Mh. Na gut. Dann holen wir doch ein paar von denen neben Missionen. Wo ist denn die neue Quells da? Mh. Ja. Mh. Was mach ich denn jetzt? Ja. Ich helf dir. Was ist los? Hey Milduf. Milduf. Letztes Mal in der Wildnis hatte ich ein Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Mh. 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 Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mach sie sauber. Das Wildfleisch und Bitterkau zu besorgen wird kein Problem sein. Einer Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Danke, Mildorf. Ich halte Ausschau. So, hört sich also Dankbarkeit an. Und, du lässt dich nicht da rumschubsen, okay? Wenn du meinst. Okay. Damit müssen wir alles besorgen. Wo haben wir noch Quests? Wir haben nur eine Quest. Ach so wird es angezeigt, okay. Hier stehen wir auf der zweiten Seite, Alvand. Die Dornrücken bedrohen uns alle. Was willst du denn, Alvand? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magistrat. Glaubst du, ich bin käuflich? Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin. Der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals-Bezwingerin, Helis-Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Olvand-Freihalter. Stets zu Diensten. Und? Was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah. Unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang besser an. Dann mal los. Nicht so schnell. Achso, ich muss was zurück. Ey, sorry, ich bin immer so konzentriert auf die Gesichter und dann sieht man mal nach unten gar nicht, dass er was drückt und soll. Ich erwarte dann so, hey, die labern bestimmt und dann so, oh. Du und die Kaya. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit feingekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Wie nobel von dir. Nobel? Ha. Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn bei sich zu machen. Hm. Nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Oseram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten, während nur die Karcher daran verdienen. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das jedem das gibt, was er investiert hat. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so hoch, dass er meinem Beitrag in dieser Gemeinschaft entspricht, natürlich. Wenn Kettenkatz auf Karja-Land liegt, sollte ein Karja-Anführer sein. Wie kommst du dazu? Durch die Unterstützung lauter guter Oseram, natürlich. Denkst du, ein Karja könnte diese Unternehmung anführen? Ha! Der Magistrat schafft kaum den Weg von Fahrlicht hierher, ohne Schrauben zu verlieren. Also hast du keine echte Autorität. Die Leute folgen dir nur, weil du es sagst. Laut genug. Jeder, der Anhänger hat, hat Autorität. Ich war von Beginn an in Kettenkratz. Ich meine, ich bin praktisch sein Gründer. Und die ehrlichen Bürger wissen, dass ich unverzichtbar für Erfolg bin. Du sagst, du hast Kettenkatz gegründet? Irgendwie bezweifle ich das. Praktisch gegründet, habe ich gesagt. Ich allein habe sein Potenzial gesehen, als es nur ein paar Zelte im Schatten von Fahrlicht war. Ich habe in die Mine investiert, Freunde überzeugt das auch zu tun, und hier sind wir. Man könnte sagen, dank mir ist Kettenkratz das, was es ist. Oh, dann stehst du nicht einfach nur rum und profitierst von allen anderen? Keineswegs. Klar, ich hole mir hier und da etwas für meine Investitionen zurück. Aber mein oberstes Interesse gilt wie von Beginn an dem Wohlergehen all dieser ehrlich arbeitenden Oseram. Wo ist die Pfeife? Direkt in der Stadtmitte. Aber angesichts der Bedrohung da draußen riskiere ich keine unschuldigen Oseram. Ich werde die Dornrücken ausschalten. Danach wird sich dieses Tal verändern. Wenn es erforderlich ist. Bis dahin sorge ich für die Sicherheit dieser ehrlichen Leute. Sei nur bereit zum Pfeifen. Natürlich. Hm, achso. Okay. Sammeln. Oh, dann haben wir schön für die Nebenquests. Nice. Okay, dann geht jetzt das Spiel sozusagen richtig los. Ja, sehr schön. Sieht ja schön, nicht da, wo man sich auskennt. Ja, es war ein Horizon Zero Dawn im ersten Teil deutlich, deutlich schneller. Aber bis man hier an diesen Punkt kam, ne? Bis man, äh, mh. An diesen Punkt kam, dass man, äh, äh, spielen konnte. Äh, das war so ein Open World. Das hat ja hier jetzt länger gedauert. Aber was auch nicht schlimm ist, das war ja auch ganz cool. Aber ich fahre etwas überrascht. Na du, was willst du, Arnov? Was ist passiert? Die verdammte Mine ist mir passiert. Das war nicht der letzte Unfall, wenn Ulvent weiter in den Tunneln gräbt. Welche Mine? Nordöstlich von Kettenkratz am Flussende. Ich hatte Corvin schon nach dem ersten Einsturz gewarnt. Aber, äh, Ulvent hat bestimmt gedroht, den Lohn zu kürzen. Oder schlimmer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles. Du wurdest also bei einem Einsturz verletzt? Ja. Vor ein paar Tagen. Deshalb ist mein Bein jetzt kaputt. Corvin und die anderen wollten eine neue Ader öffnen. Ich war woanders beschäftigt. Durch ihre Sprengung brach der Tunnel ein, in dem ich war. Ich wäre vielleicht rausgekommen, wenn ich nicht so todmüde gewesen wäre. Wir wollten zu viel und das zu schnell. Und du fürchtest, dass es nächstes Mal nicht so glimpflich für Corvin und die anderen ausgeht? Mhm. Da triffst du den Nagel auf den Kopf. Wieso hört Ulvent das sagen? Die Minen gehören doch den Karja. Erzähl das mal, Ulvent. Er hat Geld in ihre Ausbeutung gesteckt. Als ob sie ihm wären. Feuer und Spucke. Er denkt, wir gehören ihm auch. Dieser Ulvent ist echten und im Part. Corvin. Wer ist Corvin? Unser Vorarbeiter und ein verdammt guter. Einer, der weiß, wie man mit unvernünftigen Bossen umgehen muss. Aber Ulvent, der geht über Unvernunft weit hinaus. Corvin hat versucht, ihn zu beschwichtigen. Er gab sich die Schuld an meinem Unfall. Dabei hat Ulvent die Zusatzschichten verlangt. Ein guter Mensch also. Deshalb nehmen wir auch die Überstunden und alles andere in Kauf. Wenn die ganze Mine instabil wird, dann lieber ein wütender Ulvent als tot und der Geröll legen. Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das wäre nett von dir. Danke.